Sollen wir es fragen? Aber lauf zickzack, ja komm. Komm, komm. Wir haben nichts zu verlieren, Digga. Jo, meine Kartoffelfreunde und willkommen. Du hast das echt umgesetzt, ne? Mit den Beleidigen. Okay, oh, oh, warte, bleib hinter Baum, bleib hinter Baum. Er guckt, er checkt gerade unsere Richtung, er checkt gerade unsere Richtung. Okay. Er ist wieder, ist weiter wieder. Soll ich, darf ich schießen? Ich weiß nicht, schieße ich? Oder versuchen wir, ne heranzukommen? Es gibt nur diese zwei Optionen. Der Trend ist jetzt nicht mehr, Alex. Ja, schon klar, aber wenn du jetzt schießt, dann wissen sie, okay, wir sind da. Dann sind sie vorsichtig, verstehst du? Ja. Und mit der Bazooka wäre natürlich auch nice, wobei ich nicht weiß, ob die Sofas waren. Ja, da müssen wir, nein, wir müssen ne heran. Die macht Blöcke kaputt, die macht wie ein Creeper Blöcke kaputt. Das Problem ist nur, dass wir dafür eindeutig näher dran müssen. Die stehen dabei und reden, die stehen da oben und reden. Will ich zu dir kommen? Ja, komm mal langsam her. Bleib hinterm Baum. Ja, das geht hier an der einen Spelle nicht. Sie gehen runter, sie haben Wasser. Ja. Ne, warte, die haben, oh, bleib hinterm Baum, hinterm Baum, Domsel, checkt wieder unsere Richtung. Spin, spin. Er guckt weg. Also, die haben, die haben als Notfall-Escape, haben die jetzt Wasser runterlaufen lassen. Ja gut, das bringt ihnen aber nichts, wenn die Plattform weggespringt wird. Nein, doch, die können im Flug ins Wasser springen. Die bauen sich jetzt einen richtigen Wall vorne. Die bleiben da oben, die verbarrikadieren sich. Fuck. Vielleicht haben sie uns auch gesehen. Also, ich gucke eigentlich die ganze Zeit durch den Baum. Es wäre unmöglich, mich zu sehen. Ne, Domsel guckt immer noch wie ein Behindert da rum. Die sehen uns nicht. Die haben uns nicht gesehen. Oder wir sagen, wir gucken, dass wir irgendwie auf diese Seite hier direkt gegenüber kommen, weil das ist richtig nah an dem Wald. Siehst du dieses Waldstück da hinten? Ja, aber die werden uns garantiert sehen. Wir checken andauernd die Treppe, weil das ist natürlich ihr Einrüstpunkt. Guck mal, wenn wir jetzt noch ein Stück weiter nach hier hinten laufen, dann da hinten links rum. Es würde zwar ewig dauern, bis wir da rum sind, aber... Digga, passt doch auch, was du machst. Nein, ich habe nach hinten geguckt, ob die mich sehen. Dann gehe ich jetzt hier runter. Ja, die Frage ist halt, ob wir es jetzt wirklich so machen sollen. Ja, wir gehen versuchen... Aber wir müssen halt richtig weit nach hinten. Und das wäre... Weiß auch nicht. Warte, ich glaube... Irgendwie wäre es... Irgendwie wäre es... Nein, wir gehen einfach hier hin. Komm mit, komm mit. Wir gehen hinter dem... Wir haben ordentlich Wasser jetzt runter gemacht. Ja, ach was. Komm mal bitte in meine Richtung, bitte. Komm zu mir. Wo bist du? Hallo? Ich bin hier vorne. Weiter runter. Ja, okay. Achso, ja. Weißt du, warum die das gemacht haben? Damit wir da nicht hochkommen. So. Aber, ey. Weißt du, was perfekt wäre? Ja, wenn ich dich mal finden würde. Achso, ich bin jetzt schon ein bisschen Richtung Plattform gegangen. Was, Richtung Plattform? Hier, rechts von dir. Rechts von dir. Warte. Links drehen. Links drehen. Da, jetzt hast du mich gerade eingeguckt. Ich bin hinter dem Baum. Achso, ich seh dich gar nicht. Da wurde schon... Jetzt rechts. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Ach da. Ob dich. Ähm. Weißt du, was wir machen können? Die sind ja jetzt oben. Ja. Und, ähm, die spielen die ganze Zeit mit dem Wasser, damit wir da nicht hochkommen. So. Wir müssten jetzt... Gleich ist es Nacht. Gleich könnten wir uns wieder ein bisschen, äh... Lass uns gleich mal ausziehen. Also die Rüstung ausziehen. Und dann versuchen, lang zu sneaken. Nein, das ist doch Schwachsinn. Ich seh sie nicht mehr. Doch, die sind noch oben. Und warum kommen wir da jetzt nicht mehr hoch? Äh, wir kommen hoch, aber es würde Jahre dauern. Weißt du, wegen dem... Oh, der kommt gerade voll in unsere Richtung. Die haben uns gesehen. Echt? Ja, definitiv. Die sind nicht doof. Okay. Ja, die Sniper in der Hand. Nicht stehen bleiben! Ich bin hinterm Baum. Ja, okay, bleib da. Ich versuch zu schießen. Bist du sicher, dass du uns gesehen hast? Das warst du, ne? Ja. Hast du ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Die wissen, dass wir hier sind. Ja, er guckt auch. Ja, wahrscheinlich haben sie mich durch den Dinger da gesehen. Ja, beide gucken hierher, beide gucken hierher! Ja. Wollen wir unter die Plattform? Wollen wir es versuchen? Hinrennen? Ja. Ja, okay, hast du die Bazooka griffbereit? Ja, direkt. Ja, scheiße ist halt, wenn es nicht klappt, ne? Warum? Wenn sie im Wasser sind, können wir sie aus dem Wasser schießen. Okay. Es sei denn, die wissen, was wir vorhaben und bauen sich hoch. Die haben uns definitiv gesehen. Sollen wir es wagen? Aber lauf zickzack. Ja, komm. 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 Wir haben nichts zu verlieren, Digga. So richtig Jolo-Action. Ich habe die Waffe noch in der Hand, ne? Ja, ja. Gut, so, gut. Bleib stehen. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Immer weiterlaufen, immer weiterlaufen. Oh, die schießen auf uns. Ja, die schießen auf uns. Ich muss essen. Oh, fuck. Ich auch. In Bewegung bleiben! Ich bin in Bewegung. Komm, mach, mach! Wow! Wo ist die Barzooka? Ich habe sie wieder. Schießt du? Hast du geschossen? Ja, ich habe geschossen. Wir müssen zurück, wir müssen zurück. Hinter die Bäume, hinter die Bäume, hinter die Bäume. Was sucht? Oh Gott, ich kann nicht mehr rennen. Du musst, darfst nicht. Komm mit hier hinter die Bäume. Ja, ich bleib nicht stehen. Ich bleib nicht stehen. Ist was, ist was, ist was, ist was. Okay, die haben das Loch bestimmt gepflegt. Ich wusste es. Das funktioniert! Das funktioniert! Ich habe es mir gedacht, Alter. Ohne Witz. Alter, ich werde die von allen Seiten von Skeletten beschossen, Digga. Ich auch. Ja, warte, ich versuche hier die ganzen Skelette wegzukriegen. Fuck, Mann. Ey, ich dachte echt, das bringt mehr. Sind die noch oben? Ja, die sind noch oben. Wir dürfen den nicht aus den Augen verlieren. Weil sonst haben die wieder den Überraschungsmoment und das wollen wir nicht. Das war so sinnlos. Hier, neben dir. Wow! Topic, Daumen voll. Zusammen geschrieben, ne? Hä? Ja, warte. Beschütz mich. Geh weg hier, weg hier, weg hier. Achtung, Achtung, Achtung. Ich bleib nur in Bewegung. Die bauen sich, bauen sich weiter hoch. Aber ich will nicht schon wieder Headys kriegen. Das war richtig übel. Achtung, Skelett hinter dir. Ich hab den Pfeil für dich abgefangen, Ball. Immer voll essen, Bruder. Ja, ich bin voll noch. Ich bin voll noch. Das war, das war, die Idee war nicht so dumm, aber die Umsetzung hat halt nicht funktioniert. Das war die Scheiße. Ja, und das war das mit, wir müssen trainieren. Hä? Achso, ja, gut. Alter, wir waren so oft zusammen auf irgendwelchen TS, aber irgendwie hat's nie geklappt, ne? Ja, weil wir normal zu faul waren, Server aufzusetzen. Das bist du, ne? Ja, ja, ich bin rumgelaufen. Alter, wie lange man das noch hört, ey. Dieses Nachladen von dir. Digga, hier sind die Pferde von denen. Töte die Pferde, töte die Pferde. Ich bin schon sicher, dass es denen irre sind. Ja. Alter. Creeper. Digga! Alter! Digga! Renn weg! Nein! Oh, mein Gott! Ich hab nur noch ein halbes Leben. Komm mit, komm mit, komm mit. Zwei Creeper haben mich in die Luft gesprengt. Digga! Mach doch nicht sowas mit mir. Entschuldigung für das Scream in der Aufnahme. Ja, das ist schon sehr laut. Digga, oh, hab ich mich grad verjagt, Alter. Ich hab dich aber gesaved, Alter. Ja, dich nicht berührt, oder? Bist du wieder gerackt? Ja, die haben das Loch gepflegt. Ja, wow. Das ist jetzt, glaub ich, die kleinste Schwierigkeit, ne? Achtung, rechts. Creeper und so. Creeper, Creeper! Richtig missgebotten, diese Mobs, Alter. Was machen wir? Ich hab mich getroffen. Sicher? Ja, ich glaub, das hat sich so angehört, als ob ich ihn getroffen hätte. Okay. So. Aber stimmt, du bist mittlerweile besser in mich verfolgen, weil ich ja immer so ein bisschen mobil bin. Ja, ein bisschen. Bringt halt schon was, ne? Wenn man so privat spielt. Mhm. Achtung. Ja, das sind zu viele Mobs. Also nachts ist zwar gut zum finden, aber zum kämpfen ist das echt ätzend, Mann. Ja, ich krieg die Spinne nicht. Jetzt hab ich so. You can't see me. Hinter dir ist noch eine. You can hide. Here I come. Oh, ich weiß, es geht andersrum, aber ich mir gar nicht. You can come. Here I hide. Oh, ich hab grad No-Scope geschossen, weil ich zoomen wollte. Ja, das ist wieder natürlich sehr gut. 360 No-Scope. Achtung, Spinne? Ja, vor mir auch. Komm doch, komm doch, komm doch. Legs. Alles klar. Worum Legs? Hä? Kurze Pause. Hier, die zielen auf jeden Fall auf uns. Ich hab ihn getroffen! Ja, du hast ihn getroffen. Aber ich glaub, richtig hart getroffen. Das Ding... Er muss den Kopf zielen, weil die haben hier glaub ich auch im Kopf geschossen. Ich hab über den Kopf gezielt. Ich hab... Das Ding... Es gibt Bullet Drop, Bruder. Es gibt Bullet Drop. Okay, okay. Ey, geh weg, bleib weg von der Hexe. Seh ich gerade. Wushi? Auf der anderen Seite. Wir gehen jetzt weiter in die Richtung. Ey, wir können uns nicht... Lass uns... Lass uns ein Flugzeug machen mit dem Flansmod. Und dann reinfliegen. Und dann... Ja, du hinten, ich flieg und dann... Ja, ich hab einmal versucht, kurz zu schießen. Warte, ich lad mal kurz nach, damit ich wieder volle Muni hab. Ja, ich bin hier oben auf dem Berg, ne? Weil mit so 24 ist halt scheiße, wenn es dann leer geht und der andere voll hat, ne? Mhm. Boah, Lex. Okay, schon wieder gut alles. Ich hab ihn schon wieder getroffen. Nice, nice. Ja gut, das bringt aber nichts. Die werden... Die werden wrecken. Boah. Die haben ihn noch nicht einmal getroffen. Mich auch nicht. Wollen wir wirklich bei Nacht eingreifen? Das sind Pfeile. Oh, Alter, die haben gerade beide auf dich geschossen, weil du stehen geblieben bist, Mann. Ja, komm. Treffen mich aber nicht gemissgeboren. Ja, aber letztes Mal bist du dadurch gestorben. Ey, ich hätte... Nee, wirklich nicht. Okay. Oh, Gott. Brody, Brody, wie viele Enderpellen hast du? Ich hab einen Plan. Wie viele Enderpellen hast du? Ich hab eine. Ich hab eine. Ah, Mann. Ah. Ich bin verwirrt. Wo bist du? Ich komm hier nicht runter. Digger! Ich seh nichts. Ah! Habt ihr das Skelett? Komm mit, wir müssen ein Stück zurück. Wir müssen uns ein Stück zurückziehen. Ja, wir könnten halt echt mit einer Enderpellen... Du hast schon auch nur eine, oder? Ich hab meine doch aus Versehen in die Lava gefunden. Stimmt, stimmt. Bitte. Ach, deswegen wolltest du... Ich hab noch anderthalb Magazine zum Snipen. Deswegen wolltest du vorher den Dinger, ne? Okay, Creeper. Aber von dem... Sonst geht das Essen aus, übrigens. Ja, ich hab noch 10. Ja, gut, dann kannst du mir gleich hier geben. Ja. Und dem Goldapfel, hör mal. Ja. Du hast wen getroffen, das hat sich's angehört. Ne, au! Oh, die haben dich getroffen. Oh, das wär's, ey, wenn's den Minecraft... Wenn's den Minecraft Looten gäbe, ey. Die gehen runter, die haben was vor. Die zielen nicht mehr. Komm mit, wir müssen jetzt vorgehen, jetzt vorgehen, jetzt vorgehen, jetzt vorgehen, jetzt vorgehen. Es wird Tag, es wird Tag, es wird Tag, jetzt werden die runterkommen. Komm mit, schnell, schnell, schnell. Ja, als ob die runtergehen, da ist nur einer. Ich kann nicht... Ich hab ihn getroffen. Oh, war das knapp. Komm mit, hier vorne hinter dem Baum, hier vorne hinter dem Baum. Oh, fuck! Die haben mich, aber... Warte, hier ist noch ein Pferd, ich muss es töten. Ja, ich weiß. Okay, die haben mich auf mich geschossen, aber nicht getroffen. Ich bin in der Lock, ich bin in dem Creeper-Loch. Komm. Oh, das war das Skelett, die ihm ist gelobt. Ich hab Dom so getroffen. Sie kommen! Sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, sie kommen. Sie kommen, Alex! Ja! Renn in die andere Richtung. Hinter dem Baum, hinter dem Baum. Warum denn? Ich hab... Ich hab Bazooka, ich hab ne Bazooka, ich hab ne Bazooka. Ich hab Bazooka, ich hab nachgeladen. Digga! Sieh nicht, sieh nicht! Lebst du noch, lebst du noch, lebst du noch? Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, nach links, nach links, nach links, Richtung Osten, Richtung Osten, Richtung Osten. Wo ist Osten? Ja, ich renne Richtung Osten. Okay, 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 ich renne. Ich hab nachgeladen und dragt durch den Goldapfel. Wir dürfen uns nicht aufteilen. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich weiß es nicht. Wo bist du? Ich bin oben auf dem Berg, 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 ich bin oben auf dem Berg. Ich seh deinen Namen, ich seh deinen Namen, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir, ich bin neben dir. Schön, 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 wir sind wieder zusammen. Gut. Alles klar. Okay, das ist ein Chicken. Ich hab Domse ein bisschen gehittet. Ich hab fix richtig gehittet. Warte, ich muss meine Panzerfaust nachladen. So, ist nachgeladen. Wo bist du? Okay, gut. Sie sind unten, sie sind unten, rechts, sie flankieren und sie flankieren uns. Komm mit, komm mit, wir überraschen sie. Domse hat auch ultra auf mich geschossen. Wo, wo, ich seh nichts, Digga. Vor uns, vor uns sind die. Ah, da, ich seh sie, ich seh sie. Okay, okay. Warte, ich, ey, komm, komm mit, komm mit, du bleibst unten, ich versuch mich, ich versuch sie hier von dem Baum her. Ich will nicht unten bleiben, Digga, die gehen dann beide auf mich. Nein, nein, ich bin neben dir, ich bin direkt neben dir, ich bin nur hier oben von mit dem... Okay, okay, wo sind die? Da, links, 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 sie sind oben bei den Bäumen, oben bei den Bäumen, sie kommen von links, sie kommt von links. Ja, ich seh sie, ich seh sie. Okay, ich hab versucht, auf ihn zu schießen. Komm, das weiter nach hinten gehen. Panzerfaust, ja, ich hab beide getroffen. Schieß, schieß. Domse is low, Domse is low. Die zieht sich zurück. Hinterher, 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 los, 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 los. Ja, warte, ich muss nachhören. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Fuck, fuck, fuck. Ich bin tot, nein. 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 Nein, ich hab mein Deer-Swap getropped. Fuck. Ja, hat euch ihn getötet. Nein, shit. Nein. Nein. Scheiße. Egal, komm. Ich renne jetzt so schnell, es geht zur Base. Ja, wo bist du? Äh, neben dir, neben dir, komm. Komm, komm, komm. Das war richtig nice, ey. Wir haben, wir waren noch nie so weit, Alex. Wir waren noch nie so weit. Riebe. Aber wir haben nur noch ein Respawn-Ticket, ne? Jo. Willst du das oder soll ich das haben? Hä, der wollte als erstes stirbt. Ich hab mein Deer-Shirt gedroppt, sonst hätte ich Domse noch mitgenommen, ich Idiot. Ah, shit, 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 shit. Aber ey, das war eine richtig geile Folge, Mann. Ja, ich... Ah, shitfuck. Alles verloren, aber komm, wir stehen wieder auf, mein Freund. So, okay, gut. Dann. Alles klar. Äh, warte, lass... Schade, Leute. Ja. Wir waren noch nie so knapp. Wir waren noch nie so kurz davor, Leute. Das war, das war stirr, ey. Ich hab... Ich bin... Ich muss echt mit den Waffen besser üben, ey. Das war grad richtig scheiße. Ah, gut. Bevor uns Domse jetzt zieht, bis zum nächsten Mal. Wir kommen wieder und holen das Ding nach Hause. Tschö-tö. Bewertung nicht vergessen. Pfuh.